Herzlich willkommen zur nächsten Folge Frühschinski. Es gab eine etwas längere krankheitsbedingte Pause. Ich bin, no joke, gerade wieder krank, aber nur eine leichte Erkältung. Und das ist nicht nur die erste Folge Frühschinski, die es auch im Videoformat auf meinem YouTube-Kanal gibt, sondern auch die erste im etwas neueren Format, nämlich mit einem Gast. Und da habe ich mir keinen geringeren als den amtierenden deutschen Meister und Jungtalent Wins an meine Seite geholt. Ich bin schon zweimal deutscher Meister sogar inzwischen geworden und das erst mit 19 Jahren. Vom CJ & Youngsters Team letzte Season ins Main-Team gepickt worden und gilt als einer, wenn nicht sogar der beste deutsche Omen- und Controller-Spieler, den wir in der Valorant-Szene haben. Deswegen freue ich mich sehr, dich hier zu haben, Wins. Erste Frage, ganz klassisch, wie geht es dir? Und bist du ein Frühaufsteher? Ja, also mir geht es sehr gut und das ist heute leider nicht meine Zeit. Normalerweise so 11, 12 rum ist dann eigentlich erst, wenn der Wecker klingelt. Okay, ist das so E-Sport-Rhythmus bedingt? Eher nicht, aber ich mag es einfach nicht, früh aufzustehen. Ich bleibe lieber etwas länger wach, stehe später auf. Vielleicht kommt das, wenn du älter wirst. Ja, wahrscheinlich. Genau, ich will ein bisschen mit dir über dich selbst, über deine Person reden, über das, was dich in Valorant reingeholt hat, wie es dazu gekommen ist, dass du da bist, wo du aktuell bist, schon mit zwei Titeln in so jungen Jahren. Und natürlich ganz am Ende kommen wir noch dazu, wo soll es noch hingehen für dich? Was ist noch so deine weitere Motivation für die Zukunft? Aber ich würde sagen, wir fangen einfach mal am Anfang an. Du bist 19 Jahre alt, aktuell, wenn das auf Liquipedia stimmt. Das stimmt, ja. Und du, Valorant gibt es ja jetzt noch nicht so lange. Wie kam es zum Gaming bei dir? Wann hast du angefangen zu zocken? Also damals weiß ich noch ganz genau, dass mein Bruder mich damals für Counter-Strike, für Operation Missionen am PC gesetzt hat, weil ich einfach immer zocken wollte. Ich habe schon früher ganz viele Nintendo-Konsolen gespielt. The Legend of Zelda ist so eine Spielereihe, die mich geprägt hat auf jeden Fall. Und ja, damals dann angefangen mit Counter-Strike am PC meines Bruders halt. Und dann immer Counter-Strike weitergespielt, bis ich dann meinen eigenen PC damals bekommen habe. Mit zwölf, glaube ich, war mein erster PC. Und dann war es halt Team Fortress ganz lange, bis ich dann sozusagen die Erlaubnis der Eltern hatte, offiziell Counter-Strike zu spielen. Und ansonsten habe ich neben Counter-Strike eigentlich so alle Shooter gespielt. Ich hatte eine Zeit mit Rainbow Six, ich hatte eine Zeit mit Overwatch. CSE immer. Und ja, dann als Valorant rauskam, habe ich halt gesehen, ich war gut in Overwatch, ich war gut in Counter-Strike. Das war dann für mich das perfekte Spiel, um da dann anzufangen, immer halt diese Stärken auszunutzen, um dann ruhig anzufangen in einem neuen Spiel und dann da pro zu gehen. Okay, wie alt warst du, als dein Bruder dich die Operation in Counter-Strike hat zocken lassen? Acht. Wow. Als ich acht war, durfte ich das erste Mal Counter-Strike spielen. Das ist halt wirklich jung, aber für mich auch immer so ein Generationenwechsel einfach. Ich habe meinen ersten PC bekommen, da war ich 15, das war zur Konfirmation. Und wir hatten auch noch echt beschissenes Internet und so weiter. Also das ist echt einfach ein Generationenwechsel. Die Leute, die heute spielen, haben einfach sehr viel früher angefangen und du bist halt auch ein Beispiel dazu. Ich habe eine Frage da noch. Du hast halt Team Fortress 2 dann gespielt, aber deine Eltern haben dir nicht erlaubt, Counter-Strike zu spielen. Warum war Team Fortress 2 erlaubt, aber Counter-Strike nicht? Ähm, also das hat zum Teil mit meinen Eltern zu tun, aber ich habe zwei Brüder, so einer ist sieben Jahre älter, der andere 14 Jahre. Und mein sieben Jahre älterer Bruder hat mich halt Counter-Strike heimlich spielen lassen, so das muss ich auch dazu sagen, das war heimlich. Okay, ja. Und mein großer Bruder war da eher nicht so der Freund von, wegen so damals noch als Kind eine echte Menschen und so. Und Team Fortress ist ja Comic-Grafik, die deutsche Version ist ja geschnitten, ohne Blut und alles. Mhm. Und so, das hat er dann halt akzeptiert, aber Counter-Strike war eher so noch nicht erlaubt, sag ich mal. Okay, also die schützende Hand von deinem ganz großen Bruder. Ja. Der gesagt hat, das ist ihm zu realistisch, also auch interessant, aber ich glaube, aktuell gibt es dann eher Studien, die sagen, dass das weniger mit der Darstellung zu tun hat. Aber Valorant ja auch eher comic-haft und einige Vorteile dann auch in Sachen Sponsoring. Aber das ist ein anderes Thema für einen anderen Gast, anderen Podcast. Genau, du bist dann zu Valorant gekommen. Bevor wir so ein bisschen über deinen Werdegang in Valorant sprechen, wie war das damals in Counter-Strike? Also du musst ja dann mit CSGO angefangen haben, davor gab es keine Operations, das weiß ich ziemlich genau. Ja. Und in CSGO gab es auch schon Matchmaking, das heißt, man konnte Solo-Cue spielen, das war in den vorherigen Teilen auch nicht so. Also, hattest du da, als du dann offiziell spielen durftest, auch von deiner Familie aus, bist du da direkt so ins Team-Game eingestiegen? Oder war das eher so eine Solo-Cue-Phase und zeitwürdig? Vielleicht auch in den anderen Spielen, Overwatch, Rainbow Six und so. Also, Rainbow Six und Overwatch, kann ich erstmal vorwegnehmen, war alles Solo-Cue. Ich hatte nie Mates, mit denen ich gezockt habe. Aber Counter-Strike war jetzt auch, ich würde es nicht so Team-Game nennen, sondern es war einfach dann mal gefeifstaked mit Freundesgruppen und so weiter. Und was ich da jetzt schon früh gemerkt habe, so in jedem Spiel, so ich will immer gewinnen, so egal wie, so dieser Competitive Drive war einfach in mir, schon von Anfang an, so den, den habe ich nicht entwickelt, würde ich einfach mal sagen. Und, ja, also, es ging immer einfach nur ums Gewinnen, so andere wollten Spaß haben und so und dann wurde ich auch schon sauer, auch einfach im normalen Rank, ja, so. Also, es war einfach für mich immer so, das Gewinnen stand an erster Stelle. Okay, und dann, du hast ja schon gesagt, Valorant kam raus, das hat für dich wie die Faust aufs Auge gepasst, dass du dann zu diesem, dass du dieses Game auf jeden Fall mal ausprobiert hast. Warum bist du bei Valorant geblieben? Was hat Valorant dir gegeben, was die anderen dir zu der Zeit nicht gegeben haben? Also, Valorant hat mir vor allem eine Chance gegeben, so, weil in den Counter-Strike-E-Sports reinzustarten, damals war halt einfach unmöglich gefühlt, ohne Kontakte. Und, ja, ich war Facet Level 10 und so habe ich erreicht mit, glaube ich, irgendwas um die 100 Spiele auf Facet, damals in Counter-Strike. Aber ich wollte einfach diese Mischung aus Overwatch und Counter-Strike haben und dann über ein paar Kontakte damals die ersten 99 Damage oder 99 Valorant, oder wie die Turniere hießen, dann zu spielen und dadurch, sage ich mal, gescoutet zu werden, hat mir dann halt sozusagen den Einstieg dann ins richtige Competitive-Teamplay gegeben. So, sonst in Counter-Strike hatte ich das halt nicht. Ja, okay, dann die obvious Frage, mit welchem Team hat es angefangen? Also, wenn meine Recherchen hier stimmen, das erste getrackte Team von dir war Oculus 5? Äh, ja. Wie war das damals? Das war ja auch noch ein ganz anderes Valorant, das da gespielt wurde. Was kannst du dich noch erinnern aus der Zeit? Äh, Double Duelist mit Miles und Kevin auf jeden Fall. Also, und ich wurde damals als Sage-Spieler gepickt, weil Sage einfach, glaube ich, unfassbar stark in der Meta war. Ähm, aber ich hatte auch vorher andere Trials und ich muss auch einfach nochmal Big-Shoutout geben, weil damals, ich glaube, mein erstes Game war ein Stand-In-Spiel für Big. Wow. Auch liebe Grüße an Sonics nochmal an der Stelle, weil... Ah, das war damals mit Sonics und Alex R wahrscheinlich noch, ne? Ja, ja, Sonics konnte nicht und dann habe ich Stand-In gemacht. Wir wurden zwar überfahren, aber ich erinnere mich noch an eine Runde, glaube ich, 1 gegen 4 oder 1 gegen 5 Ace. Als 13-1 haben wir zwar verloren, aber das war meine Runde und dadurch habe ich erst die Trials überhaupt bekommen. Okay. Ja. Nice. Sehr cool. Wusste ich auch gar nicht, dass du bei Big im Endeffekt dann Stand-In gemacht hast zu der Zeit. Und Big ja für dich wahrscheinlich auch von Counter-Strike dann schon ein Name gewesen, den du kanntest, oder? Ja, auf jeden Fall. Und Maus und Big sind einfach Legenden, so für mich, so als Orcs. Ja, naja. Ja, und jetzt spielst du aktuell sehr erfolgreich gegen zumindest eines dieser beiden Teams. Aber da kommen wir auch noch zu. Das nächste Team auf meiner Liste, das ich habe, ist Ivy. Das war Februar bis April 2021. Da musst du mir ein bisschen auf die Sprünge helfen vom Line-Up her. War das damals das Ivy noch mit High Kitty? Ja. Ja. Das war damals kleine Changes. Den kann ich nämlich auch noch gut, weil der auch damals, ich glaube mit Panthers, war es die Nighthand Damage Liga oder ESL Meisterschaft gewonnen hatte in Counter-Strike. Ähm, und der ist ja dann auch zu Valorant gewechselt, hat dann leider irgendwann aufgehört. Da war, glaube ich, der Druck ein bisschen zu groß. Falls er zuhört, Grüße. Ähm, genau. Da hast du, nehme ich an, auch einiges schon mitnehmen können in den paar Monaten. Ähm, da noch ein Zwischenstopp, aber auch ein sehr kurzer, wenn ich sehe, ein Monat bei Ovation kurz gewesen. Ähm, und dann kam Kovana Gaming. Ein Name, der in der Szene ja nicht mehr so gut zu sprechen ist. Äh, du hast Malz und so schon angesprochen. Die waren ja, glaube ich, damals mit dir dann bei Kovana. Genau. Also Kevin und Malz haben mich da eigentlich durch diese ganze Phase begleitet. Da von, von den Anfängen bis, bis hin zu Kovana. Ähm, und ja, damals bei Kovana war es, wir haben ja damals meine erste LAN gleich gewonnen. Das war ja ganz geil. Damals auch noch mit Xanachi, ne, spielt ja jetzt bei ESG. Ähm, die Arcadia LAN, ne? Ja, genau. Von der alle noch schwärmen. Ja. Ich war leider nicht da, ich glaube, ich musste arbeiten. Damals, glaube ich, auch noch sogar gegen Niklas, äh, Dysjon und Leosen bei Ovation gespielt, den Playoffs und so. Also, unfassbar krasses Erlebnis für mich, so das alles das erste Mal richtig mitzuerleben. Ähm, Kovana war zu der Zeit, haben sie uns auch noch wirklich extrem supported, ne? Also, das war bevor dieser ganze Skandal aufkam, ähm, und dann halt das erste Mal, dass, sag ich mal, dieses Team gebröckelt hat, war, als wir uns damals hier nicht für die Challengers qualifiziert haben. Dann im Januar war das, glaube ich. Das müsste dann, genau, es war 2022, das heißt, das war der Open, dieser riesige Open Qualifier, es gab, kein Team war ja in Weite zu der Zeit. Ähm, ich hab übrigens noch eine, vielleicht kleine Zwischenwerbung in eigener Sache, ähm, zu der Zeit gibt's auch ein Video von mir auf meinem Kanal, ähm, rund um Ovation, wo auch, ähm, viel über diesen Open Qualifier gesprochen wurde. Wie weit seid ihr damals gekommen in dem Open Qualifier? Ihr müsst dann aber eigentlich relativ weit gekommen sein, oder? Wir sind gegen Ignite oder so rausgeflogen und dann ein Spiel später hat Ovation gegen die gewonnen, also, und sich damit qualifiziert. Also, ihr wart so nah dran, ne? Ja, semi-final, würde ich einfach mal sagen, ja. Wie, wie hast du dich damals gefühlt? Challenger-Liga nicht geschafft, obwohl du auf der Arcadia dann so gegen, gegen den Rest der Szene im Endeffekt, äh, gewinnen konntest. Was war das für ein Gefühl? Äh, es war das erste Mal so wirklich so dieser richtige Niederschlag, ne? So, ja, okay, bei Nice Cactus International hat man nicht so performt, aber das war, ja, auch nicht unser Ziel so richtig. Und, ähm, ja, es war einfach so das erste Mal so realisiert, so, man hat verkackt einfach. So, die Org ist wahrscheinlich auch enttäuscht, ne, nachdem man die Lahn gewonnen hat. Ähm, ja, es war halt einfach, aber es musste weitergehen. Und, äh, ich sag mal so, für mich war Kevin halt damals so mein Mentor, würde ich auch bis heute noch sagen, obwohl er sich zurückgezogen hat, so. Kevin hat mir so viel beigebracht und alles. Und, ähm, er hat auch gesagt, so, es geht einfach weiter, so. Man lernt daraus und ich denke, so, das war für mich so die erste große Lehre im E-Sport. Ähm, so, es geht immer weiter, egal, was passiert. Ja, du hast Kevin schon angesprochen. Würdest du sagen, also du hast es eigentlich auch schon so gesagt, dein größtes Idol, dein Vorbild? Ähm, wie, 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 wie kamst du zu, zu dem Kontakt? Wie, wie seid ihr aufeinander gekommen, Kevin und du? Weil ihr habt ja schon einige Zeit verbracht, ne? Ja, also, wie schon gesagt, das war, er war in meinem ersten Team drin. Also, er hat mich das erste, er hat mir dir das erste Mal die Chance gegeben, im Team zu spielen. Da, als ich sogar noch 15 war und das vielleicht alles nicht so offiziell war, ne? Bisschen schwammig. Ja, ähm, aber auf jeden Fall, so, er war immer für mich da, so, ich konnte ihn immer anrufen. Ähm, und es war einfach geil mit ihm zu spielen, so, auch menschlich gesehen hat das einfach gepasst. Wie wichtig, ähm, war Kevin für den weiteren Werdegang deiner Karriere? Oder? Denkst du in, in Situationen heute noch irgendwie, irgendwie so zurück wie, was würde Kevin jetzt sagen, oder so? Das, das eher nicht, aber ich sag mal so, er hat mich einfach, äh, so weit gebracht, dass ich dann anerkannt war in der Szene, um dann zum Beispiel, ja, bei Ovation hat's jetzt nicht so lange geklappt, ne? Aber dann sozusagen schnell bei CGN und dann ins Academy-Team gepickt zu werden und, ja. Ja, genau, dann kommen wir schon zu, ich gucke noch meine Liste hier, ähm, genau, zu CGN. Ähm, du hast angefangen damals, nicht, dass ich was Falsches sage, es war, ähm, oder es war eine lange Zeit sich hier gerade, es war auch 2022, wahrscheinlich nach dem, ähm, Open Qualifier zur, damals noch Regional League. Ähm, und dann hast du wirklich bis Februar 23, also über ein Jahr, beim CGN Youngsters Team gespielt, äh, bevor es ein kurzes Stell-Dich-Ein bei WNi Esports gab, ähm, die, wie, 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 wie bist du zu CGN gekommen? Also, wie kamst du diesem Wechsel? Ähm, also eine Sache muss ich erstmal richtigstellen, ich hab mit Kovana noch ein Split-Projekt wie gespielt. Okay. Aber nicht mehr die Split-Finals, da hab ich dann schon gesagt, so, ich brauch was Neues, so, es klappt nicht mehr, so, da waren viele Sachen dann dabei in dem Projekt wie Split, die nicht so liefen, und, ähm, ja, damals hab ich dann aufgehört, äh, Kovana hat ja die Rehle dann nicht geschafft, soweit ich weiß. Ähm, auch mein Glück, dass ich gegangen bin, ne, weil dann die Skandal-Zeit angefangen hat. Ähm, und... Hast du von den Skandalen schon so ein bisschen was im Hintergrund mitbekommen? Wo du vielleicht im Nachhinein sagst, ey, das ist eigentlich so ein Zeichen, das hätte ich erkennen müssen, dass da irgendwas nicht richtig läuft? Ähm, also, äh, mein Geld wurde spät bezahlt, ne, das ist ja so aktuell so das Hauptthema auch immer noch, aber ich hab mein Geld bekommen, also ich bin fein raus gewesen zum Glück, ähm, und, ja. Ansonsten jetzt nochmal, um auf, äh, Youngsters zurückzukommen, ähm, ich wurde damals nach Ovation, nachdem das nicht geklappt hat, habe ich, glaub ich, nochmal einfach einen Looking-For-Team-Post gemacht, wurde dann damals von David angeschrieben, mit dem David, ähm, der mir ein Try angeboten hat, für Youngsters, äh, was ich natürlich dann sofort angenommen habe, und, äh, es hat einfach Klick gemacht mit dem Team, ne, also es lief, die Tries liefen supergut, ich hab performt, und, äh, dann war das eigentlich eine schnelle Sache, dass, äh, ich dann bei Youngsters gespielt habe, in einem Six-Man-Roster. Mhm, da war auch, äh, Shazeon mit im Team, oder? Äh, der hat so derzeit noch Main-Team gespielt. Der war sogar noch Main-Team, okay. Boah, ich hatte immer im Kopf, dass ihr zusammen, er wurde danach abgestuft? Ja, genau. Und dann habt ihr zusammen gespielt? Ja. Okay, das kam später. Ähm, genau, weil ich hatte immer im Kopf, dass ihr zusammen hochgepickt wurdet, dann zum zweiten Split letztes Jahr. Ähm, die, dann gehen wir in der History weiter, Shazeon kommt mit ins Team, war das dann einfach nochmal ein neues Level, als es hieß, Shazeon vom Main-Team erstmal, äh, ins Youngster-Team? Was, wie, wie war das so aus deiner Sicht? Äh, für mich war es einfach nur so die einzige Möglichkeit sogar, äh, auf die Split-Finance damit zu kommen, weil einfach, äh, die Erfahrung gefehlt hat, so, ich hatte von den einen Leuten, die da waren, so bis auf FaceRoll, eigentlich halt schon am meisten Competitive-Erfahrung gesammelt, weil wir ist ja halt ein Academy-Team, ne? Und, ähm, so, es war dann schon immer schwierig, so, weil, weil ich wollte immer mehr als die anderen, so, hatte aber nebenbei auch noch Schule immer am Laufen und die anderen halt auch und man hatte kaum Zeit, so, aber ich wollte immer uns pushen, immer ans Limit gehen, aber es hat halt nie so geklappt und dadurch, dass Shazeon halt schon Main-Team-Erfahrung hatte, war das dann so die Möglichkeit, ähm, jetzt dieses Limit dann zumindest zu erweitern, dass man halt wirklich gut genug ist, das alles zu schaffen. Ja, und, äh, ich glaube, problematisch stand aber auch CGN mit dem Main-Team ja in der Challenger-Liga, ähm, äh, und, äh, und, äh, CJN Youngsters als Academy-Team im Endeffekt eine Liga drunter, ich glaube, ihr hättet gar nicht an der Rele teilnehmen dürfen, äh, als CJN Youngster. Ich glaube, zu der Zeit dann auch immer vor der Rele ganz viele Teams, äh, oder Orgas ihre Teams gedroppt, damit die Spieler wenigstens die Rele spielen dürfen, äh, was ja dann später halt nochmal richtig hart beschnitten wurde von Riot, dass es dann hieß, es darf gar keine Academy-Teams mehr in, ähm, in Project V geben, ne, damit, äh, es überhaupt nicht erst zu diesen Überschneidungen, äh, kommen kann. Warst du da auch von betroffen damals? Äh, Nein, weil wir nie Rele gespielt haben. Okay. Äh, ja. Okay. Dann, äh, du hast eben Schule angesprochen, äh, vielleicht einfach mal kurzer Schwenk zum persönlichen, äh, du hast, äh, Schule abgeschlossen inzwischen? Ich habe mein Abi damals gemacht auf der, äh, äh, während, äh, der zweiten Season. Der zweiten Season in 2023. Letztes Jahr wahrscheinlich. Ja, mit dem Main-Team. Mit dem Main-Team. Okay, also während ihr Meister geworden seid. Ja. Okay. Ich kann mich noch gut mit einem Gespräch, äh, von dir erinnern, so, wo ich gerade noch Abi-Prüfungen geschrieben habe, in der Regular, so, zwischendurch noch ein Bootcamp. Ich weiß noch, zwischen meinen Abi-Prüfungen, drei in einer Woche, dann eine Woche Pause und dann hatte ich noch mal eine am Montag, war ich auf Bootcamp in Köln und, äh, dann meine mündliche hatte ich, glaube ich, drei Tage nach, äh, Krefeld. Also das war, alles, äh, sehr interessant, sag ich mal, für mich. Ähm, wie war, wie war die Stimmung da im Team, dass du, konntest du gut mittrainieren? Weil aktuell, ich weiß zum Beispiel, dass, ähm, Klick bei SK sich ja auch sehr stark auf sein Abi konzentriert hat, dass er bei SK teilweise nicht mittrainieren konnte, das ist ja alles, äh, wurde ja alles auch schon so geschrieben, ne? Und es ist auch alles meiner Meinung nach richtig, ne? Dass das Team das auch liefert, am Ende ist es aber auch ein Profigeschäft, ne? Da steht viel Geld hinten dran. Wie war das damals bei dir? Hattest du irgendwie das Gefühl, da gibt's, äh, Druck von den Mitspielern, von der Orga, ähm, weil du dich jetzt auch auf die Schule konzentrieren musst? Also, am meisten Druck, würde ich sagen, hatte ich, weil es sozusagen nicht sofort ein Pick-Up war ins Main-Team, sondern es war eher eine Trial gegen Starkey, also ein 101 gegen Starkey, so. Er hatte vorgespielt, so, ich hab dann da auch vorgespielt mit Bootcamp und so, und es hieß halt so, ja, ich muss mich nochmal verbessern, so, auch in dieser Phase, damit ich auch wirklich, sozusagen, das verdient habe, äh, und das heißt, ich hab mich noch mehr ins Zeug gehängt, einfach, äh, auch so klar zu kommen. Zum Glück kannte ich, äh, kannte ich schon den Playstyle und so aus dem Academy-Team, weil da wird auch drauf geachtet, dass beide Teams sozusagen den gleichen Playstyle haben. Mhm. Und, äh, ja, am Ende hab ich mich gegen Starkey durchgesetzt, in der Regular Season, so, und das war dann so für mich halt einfach der wichtigste Schritt. Und das Abi war dann sozusagen erstmal nur zweitrangig. Okay, aber alles gut gegangen. Alles gut gegangen. Okay, das sei das, was zählt. Ähm, du bist dann direkt aus, aus dem Abitur quasi ins, äh, Profigeschäft in Valorant eingestiegen. Ja. Okay, gab's da irgendwie, werden ja am Anfang deine Eltern auch, ähm, oder halt deine Familie so ein bisschen angesprochen, ähm, gab's da, wie haben deine Eltern das aufgenommen, dass du nach dem Abi sagst, ich mach jetzt nicht Ausbildung, Studium, sondern, ähm, ich, ich werde jetzt hier Profispieler. Ähm, ich, ich sag mal so, ich hab sie schon darauf vorbereitet, so, wie das alles lief. Ähm, und dass ich das einfach machen möchte und sie unterstützen mich da ja auch, äh, sehr dolle in dem Bereich, also, ähm, ohne sie hätte ich das eh nicht alles so hinbekommen, ne, damals auch mit den Lahn's und so, wenn ich irgendwo hinreisen muss, ich wohne ja hier im Nirgendwo, nenn ich es einfach mal so, da muss mich mein Fahrzeug mal zum nächsten Bahnhof fahren, dass ich nicht irgendwo sieben Stunden unterwegs bin, oder so, äh, sie helfen mir da schon extrem. Nächstes Ziel also, Führerschein? Äh, ich hab einen Führerschein. du hast ihn schon. Aber ich hab kein Auto. Okay. Wurde so einen kleinen, äh, kleinen Roller mit dem Anhänger. Ja. Okay, dann kommt halt so die, die, die heiße Zeit, du hast es schon angesprochen, während dem Abi, ähm, zu Split 2 letztes Jahr in die Challenger-Liga dann quasi hochgepickt worden, du hattest dein, dein One-on-One gegen Starkey. Äh, wie war die Stimmung zwischen, gab's da Gespräche auch irgendwie zwischen dir und Starkey? Ähm, weil es scheint mir relativ klar kommuniziert worden zu sein, euch beiden, dass, äh, dass das so ein bisschen auf der Kippe steht. Also, wie war das Verhältnis zu dir und Starkey zu der Zeit? Äh, also Starkey und ich hatten keinen Kontakt. Er war nicht mit auf dem Bootcamp damals. Ich weiß nicht, was das für Gründer hatte, aber das war auf jeden Fall so. Ähm, und es, äh, eigentlich hat Capio immer nur so gesagt, so, ne, jetzt, Starkey spielt, du spielst, einer von euch wird's werden, so, du musst dich mehr anstrengen, so, gib Gas und so, und, ähm, ja, dann wurden halt einfach die Trials gemacht, so, wie normale Trials halt, so, und am Ende wurde es dann halt ich, so, ja, habe ihn dann sogar in der Regular übernommen. Was würdest du sagen, hat dich in der Phase stärker aussehen lassen als Starkey? Äh, ich, ich, ich kann das gar nicht einschätzen, weil ich halt mir auch nicht die Trials gesehen habe, die er gespielt hat. Mhm. Ähm, ähm, aber ich habe einfach alles gegeben, was ich hatte, so, die ganze Erfahrung, die ich gesammelt habe, habe ich da in diese paar Tage reingesteckt, an nichts anderes gedacht, die ganze Zeit eben trainiert und so, und ich, ich habe einfach alles gewollt, ne, in diesem Moment und, äh, ja, anscheinend hat das dann gereicht, Also der größere Wille, um jetzt im Team zu spielen. Würdest du sagen. Wenn wir jetzt, ähm, abgesehen von, von diesen Trials-Tagen ausgehen, du spielst ja aktuell auch, äh, äh, regelmäßig in Officials gegen Starkey, ne, er ist zu Maus gewechselt, zum direkten Konkurrenten, auch ein Wechsel, der mich damals ein bisschen überrascht hatte, weil ich dachte, dass Maus mit Beast Mode gar nicht so schlecht ausgesehen hat in der Off-Season. Ähm, was unterscheidet dein Omen von Starkeys Omen? Ähm, ich denke, ich spiele viel kontrollierter, ähm, und Starkey versucht halt auch mal so sehr interessante Plays, ich erinnere mich da jetzt an diesen feinen TP, wo er leider keinen macht, als er hinter uns allen war und wir ihn nicht gecheckt haben, so, so, ich denke, sowas würde ich eher nicht machen, so, ich würde eher mich zurückziehen, wieder auf Retag spielen und so, äh, ich denke einfach, ich bin viel kontrollierter im Spielstil als er und vielleicht ist auch das, was C.G. einfach gebraucht hat, noch ein bisschen mehr Kontrolle ins Game zu kriegen. Weniger dieses Verspielte. Ich wäre, Starkey hat für mich immer dieses Signature-Ding, boah, ich hoffe, ich verwechse es jetzt nicht mit dir, aber ich meine, es war immer Starkey, der Split auf B immer mit der Paranoia in der Hand jiggle peekt hinter der Säule und dann eigentlich er jumpspottet, lasht und tippet sich rechts hoch. Genau, hoch auf die Kiste tippet, und, ähm, genau, das, äh, ich denke, ist ein schönes Beispiel auch für, für das, äh, für den verspielten Stil. Glaubst du, du müsstest dir ein bisschen was Verspieltes aneignen, wenn es in die höheren Regionen geht, also wenn es Richtung Ascension geht, dass dann mehr Risiko notwendig ist, um den gleichen Impact zu haben? Oder glaubst du, oder glaubst du, ist es besser, weiter das zu spielen, was bisher funktioniert hat? Äh, eine gesunde Abwechslung ist gut und, ähm, sozusagen, man erkennt, sag ich mal, in der Smoker-Position relativ schnell, wenn was gemacht werden muss, einfach. Okay. Und, ähm, wenn es gemacht werden muss, so, ob man will oder nicht, so, man macht es halt, ne, also, wenn man irgendwas ausschließen muss, wenn man irgendwas pushen muss, irgendein Risky Play, da habe ich auch keine Probleme mit, aber ich bin halt, wie gesagt, schon lieber der, der dann schön auf Kontrolle runterspielt, aber, ja, ich kann auch so solche Plays machen, auf jeden Fall. Vielleicht wäre für Starkey dann auch Kloth gar nicht so schlecht. Aber ihr habt ja auch ein paar Mal mit Kloth gespielt, dann eher auf Benni, der sich, äh, die neuen Sachen dann eher zutraut. Zwischenfrage, so, ihr, ihr habt Kloth sogar, nicht nur in den Playoffs, sondern auch im Grand Final gepickt, auf Breeze, ähm, wie fühlst du dich so, aus, aus persönlicher Sicht, wenn Benni mit solchen Sachen kommt? Weil, ich habe immer das Gefühl, dass das vorher gar nicht so, ähm, besprochen ist bei euch, dass da viele, dass Benni sagt, komm, ich mache mal Kloth jetzt. Ist das so? Also, oder darfst du da drüber nicht reden? Also, ich werde nur mal das anreißen, also, das ist Teamentscheidung, äh, dass er das spielt, so, ähm, ähm, ich zum Beispiel, finde den Agent als Single-Smoker nicht geeignet, also gar nicht geeignet, so, man muss es als Second-Smoker spielen, dadurch bin ich eh eher raus, wenn es um den Agent geht, weil, so ist, ich, ich mache halt den Main-Smoker, ähm, und es ist halt ein sehr aggressiver Agent, was zu Benni passt, einfach, und extra Smokes haben, und, oder, wenn Benni mal irgendein Play machen will und stirbt und man dann immer noch die Smokes hat, ist halt einfach, äh, eine gute Herangehensweise einfach, dass Benni immer noch Impact hat, selbst wenn er irgendein Play versucht, oder halt mit der Ult dann, äh, noch, noch ein zweites Leben bekommt, vielleicht sogar die bessere Phoenix-Ult, so in dem Sinne, äh, ja. Okay, also, nicht abgeneigt, solange Benni sie spielt, habe ich richtig rausgehört. Ja. Dann, ähm, müssen wir natürlich auch drüber sprechen, wieder zurück zu deiner ersten Zeit im Main-Team von CJN, deiner ersten Zeit in den Challengers. Du wirst da hochgepickt in das Team und gewinnst, wirst instant deutscher Meister, damals in Krefeld, ne? Instant die Qualifikation zu den Champions, äh, den ersten Titel letztes Jahr hast du noch nicht mitgemacht, ne? Das habe ich richtig im Kopf. Äh, ich wurde in der Regular Season da hochgepickt, wo ich dann auch Meister wurde. Also die zweite Regular Season oder die erste? Die zweite. Die zweite, ne? Die erste war noch mit Starkey. War noch mit Starkey, genau. Das heißt, von den drei Titeln, die ihr zuletzt, äh, gewonnen habt, oder die CJN zuletzt gewonnen hat, da warst du an den zwei aktuellsten beteiligt. Ähm, was geht denn einem vor? Du bist 18, 18 Jahre alt zu der Zeit, ne? Also gerade volljährig geworden. Ähm, spielst im Endeffekt aber trotzdem schon irgendwie sieben Jahre solche Games. Ähm, und das war dann das erste Mal für dich, dass du deutscher Meister geworden bist. Also wie, wie war das für dich, als, als dieser Moment da war? Es war ja auch ein packendes Best of Five in Krefeld. Ähm, es war halt einfach geil, auf diesem Niveau zu spielen erstens, ne? Das ist schon der erste Unterschied, so, Young Stars, Project V, das Niveau. So, ich wollte immer mehr, so, und dann habe ich es das erste Mal bekommen. Ähm, das BO5 gegen Maus hat alle an die Grenzen gebracht, so wie jetzt auch wieder, sage ich mal, in der letzten Season. Ähm, aber, so, diese, diese Freude war eher innerlich, ne? Ich, ich habe sie damals gar nicht so gezeigt. Es war einfach für mich die Bestätigung, so, ich habe das erreicht, so, und das ist erst der Anfang, so. Das war für mich erst, so, so, so einer von vielen Titeln, die noch kommen werden, so. Du solltest recht behalten. Ich habe eine Anekdote, die ich immer gerne erzähle, zu diesem Event in Krefeld. Ihr seid, ihr seid gerade Champion geworden, und da sind ja diese Player-Kabinen, ähm, und ihr kommt so raus, und, und du, und die CJN-Fans gehen einfach brutal ab, ne? Ähm, feiern das hart, und da waren dann nicht mal mehr alle da, weil teilweise die Leute schon gehen mussten, mit dem ganzen Delay, das es damals gab. Ähm, und du stehst, du stehst so nebendran, und ich komme aus unserer Caster-Kabine so raus, ähm, sag, ich glaube, ich beglückwünsche dich, ich weiß gar nicht genau, was ich dir damals gesagt hab, und, ähm, ich sehe, dass, dass, dass eigentlich das ganze Team von euch steht so ein bisschen abseits von den Fans, und, äh, dann hab ich, ich hab ich gesagt, ey komm, du musst jetzt eigentlich zu den Fans gehen, ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnern kannst, und dann sind wir beide zusammen vor, und haben so ne kleine Laola-Welle mit denen gemacht. Ja. Ähm, ist das, ist dir eigentlich klar gewesen, wie, wie wichtig, ähm, die, die Fans für, für dich sind, für euch, für CJN sind, zu der Zeit, und, äh, was bedeutet es dir inzwischen, ähm, mit den Fans so feiern zu können, wie ihr es jetzt beim letzten Titel, oder auch bei deinem ersten Titel gemacht habt? Also, die Fans sind, schon sehr wichtig, für uns, ähm, ein, eine Sache ist aber, also, im Spiel, ne, wenn der Full-Fokus da ist, da, ich, ich, persönlich blende es einfach aus, oder versuche es auszublenden, so, für mich geht's, die Fans sind nice und so, ne, auch, es ist immer laut gewesen, so, aber ich brauche den Fokus, und, und dann, da geht auch nichts dran vorbei, dass ich dann einfach wirklich, mich so drauf konzentriere, und ich glaube, dann damals, so die Realisation, so, sie feuern alle mich an, so, hatte ich damals einfach, auf dieser Laden noch nicht, äh, wie man auch gemerkt hat, ich war auch sehr schüchtern, zu diesem Zeitpunkt, ähm, aber, so, bei diesen ganzen Sommerfesten, die CJN veranstaltet, äh, Meet & Greet und so, da habe ich absolut kein Problem, da mit allen Fans zu reden, so, es ist toll, ähm, aber, sobald es halt dann ums Spiel geht, so, um Wettkampf, ähm, wie schon gesagt, ja, mein Competitive Drive ist da so krass, so, ich muss das alles ausblenden, und, äh, das kommt dann immer erst später. Okay, würdest du sagen, ähm, in der Entwicklung von, deinem ersten Titel zum zweiten Titel, ist diese Schüchternheit auch ein bisschen, äh, verflogen, also, kannst du jetzt, äh, sehr viel besser auch mit den Fans zusammen, so einen Titel wie beim letzten Mal in Köln genießen? Äh, so immer noch diese, sozusagen nochmal die Motivation zu kriegen, ähm, so, und dann wieder zwischen Fokus, so ins Feiern, oder ins Jubeln, sozusagen reinzuwechseln, ähm, so, man merkt das einfach viel mehr, und ich finde auch, ähm, zum Beispiel bei diesem, einen Breeze-Klatsch, ähm, so, äh, dass ich dann einfach so die Fans noch mehr anspornne, indem ich einfach so die Faust nach oben gerissen habe, und so, einfach so, um ihnen auch was wiederzugeben, so für das ganze Jubeln, so, dass es einfach beibehalten wird im ganzen BO3. Sehr geil, sehr geil. Das, ähm, aber, kriegt man das mit als Spieler? Also das Jubeln zwischendurch dann? Ähm, ja, so trotz Inears und trotz der ganzen Sachen war es dann dazwischen mit den Fanrufen so laut, dass ich dann auch immer so zwischen den Games so, so leiser, leiser, so, dass man auch wieder die Calls hört von Benni, weil es einfach so unendlich laut war in dieser Location, ähm, und das war einfach krass. Ja, das sind dann auch nochmal so Probleme, die man online einfach nicht, nicht hat, ne? Ja. Da ist immer alles ruhig und irgendwie perfekt, aber diese Stimmung vor Ort, ich weiß nicht, ich hab's ja, ich hab extra die Tür zu unserer Caster-Kabine aufgelassen, wir haben ja auch ein bisschen zwischendurch gequatscht, äh, zwischen den Games, ähm, aber ich hab die Tür aufgelassen, einfach um diese Stimmung mitzubekommen, ne? Also wenn wir die Tür dazu hatten, das war echt, ähm, totenstill teilweise, da hat man nur ein bisschen rumpeln gespürt, wenn's halt richtig abgegangen ist, aber ich, ich als Caster brauch das dann fast noch ein bisschen mehr, ähm, weil wir ja die, die Stimmung auch so übertragen wollen, ähm, ich, ey, eine Frage, ich weiß gar nicht, ob wir damals drüber gequatscht haben, so in, in Köln, ne? Das waren deine zweiten Finals, ähm, ihr hattet damals, also eigentlich zwei Fragen, ihr hattet damals, äh, also letzte Season habt ihr dann der Regular Season zweimal gegen Maus verloren, das waren alles sehr, sehr knappe Matches, ähm, wobei das erste Regular Season war relativ früh in der Saison, ähm, und dann kommt's nochmal zu dem Grand Final, und ihr verliert die erste Map, 0.13, was ging denn dir vor, als ihr, als ihr auf Icebox noch wart, als es irgendwie so gar nichts lief, also wie, wie gehst du mit Games um, in denen, in denen nichts läuft, die dann auch noch so wichtig sind? Äh, also, für mich, war es eh noch schwieriger, damit umzugehen, weil ich ja zwei Gamecrashes hatte, mhm, während des Spiels, so, das, so, so Tech-Probleme und so, wenn das mich betrifft, zieht mich immer runter so, man versucht es, zu verhindern, äh, man versucht weiterzumachen, aber es zieht einen einfach auch runter, ähm, es lief halt nichts, Maus hat einfach besser gespielt, wir hatten die Antwort nicht, äh, und, äh, ja, so, wir haben versucht, das zu spielen, was, was wir wollten, hat halt einfach nicht geklappt, und, äh, nach der Map war es einfach, Reset, so, ne, es ist egal, so, 0, 0, 13, 11, 13, so, die Map ist gone, so, ob es knapp war oder nicht, ist in dem Fall egal, äh, ich weiß noch, Capio damals, äh, hat dann noch die Ansage gemacht, so, schlimmer kann es nicht werden, so, nächste Map geht weiter, äh, gebt alles, äh, wir schaffen das, so, und, und, ja, was soll ich sagen, äh, wir haben dann unseren Mappick Breeze, ne, Mausmappick Breeze, äh, sehr interessante Map auch für uns gewesen damals, äh, zu dem Zeitpunkt, äh, gewonnen, ja, und, äh, Split war ja dann eh der Krimi, würde ich einfach mal so sagen. Naja, da ging es dann richtig rund, ähm, Befreiungsschlag für dich, als, ähm, als ihr Split in der Overtime noch gewinnen konntet, also, wie, wie war so dieser Moment, was hat, hat, hat es dich richtig entfesselt, als es dann echt geschafft war? Ja, so, die ganzen Fans im Rücken, so, äh, ich weiß noch einmal, als ich dann so, als es 12.10 stand, so, das erste Mal schon zur Seite geguckt habe, so, die Fans sind schon alle aufgestanden, so, warten, so, dann nochmal in die Overtime gemusst, so, das war schon, äh, aber, ähm, ja, Element hat halt einfach ultra krass gespielt in der Overtime, ne, und es einfach, sie hat dann die letzte Runde auch geöffnet, äh, Angus hat sie geclosed, also, das war 10 gespielt, die Runde, und dann war es einfach auch Erleichterung, so. Ja, okay, äh, ja, ihr erleichtert, absolut, äh, mit den Fans dann noch, äh, gefeiert, äh, äh, du hast letztes Jahr schon Ascension gespielt, damals auch mit Charseon zusammen, ich bin übrigens immer noch der Meinung, dass ihr euch auch in Ascension sehr gut gezeigt habt, ihr zwei, auch wenn es als Team nicht so gut ausgesehen hat, wie in der Regular Season, ähm, was war für dich damals in Ascension das Problem? Warum lief es in Ascension nicht so gut wie in der Challenger Star Revolution? Äh, wir konnten Games nicht closen, ich erinnere mich da an eine Desire Fracture, zehnfache, äh, nicht zehnfache, aber ich glaube irgendwie 17, 19 oder so, also ich, ich habe, weißt du nicht mehr genau? Du hast ja schon fast zehnfache Overtime. Ja, also es war ultra knapp, äh, die ganze Zeit, so wir hatten das Game aber eigentlich in der Hand, und ich weiß nicht, wie die erste Hälfte ging, aber sie war eindeutig auf unserer Seite, ähm, so, aber dann dieses Closen von Games, so, wir, wir waren immer sehr gut dabei, aber wir konnten es nie, äh, beenden und das hat uns dann zu viele Maps gekostet, wodurch wir dann nicht weitergekommen sind. Okay, was, ähm, denkst du, wenn ihr dieses Jahr Ascension erreichen solltet und ihr habt die beste Ausgangslage mit dem Titel im ersten Split, ähm, was ist jetzt, äh, was ist anders? Warum werdet ihr es jetzt closen können? Also was denkst du, warum ihr es jetzt, warum ihr jetzt weiterkommen könntet in Ascension? Ähm, also, auf jeden Fall, wir haben neue Spieler dabei, die, da wie natürlich auch in Ascension sehr viel Erfahrung gesammelt, damals ja auch auf Landa gespielt, ähm, ähm, Angus auch einfach nochmal einen, sag ich mal, X-Faktor, muss man einfach so sagen, äh, mit seinen Kills, die er manchmal macht, ähm, und an sich einfach die Erfahrung, die noch dazu kam, jetzt, ne, nochmal sehr viel Zeit gehabt, gegen Tier-1-Teams zu pracken, so schon vielleicht manchmal den ein oder anderen Gegner, äh, der vielleicht Ascension spielen wird, der zumindest gut da, äh, auch aussieht in den anderen Ligen, und, ähm, dass wir einfach mehr bereit sind, sag ich mal, für das Niveau, weil ich würde sagen, für mich war es damals schon ein sehr großer Schritt, dann auf einmal Ascension zu spielen, nachdem ich davor noch, äh, irgendwie zwei Monate oder drei Monate davor Project V gespielt habe. Ja, was ein Turnaround, ne? Ja. Ja, also ich denke einfach, die, das Spielverständnis, äh, vielleicht auch noch ein Meta-Change, ich weiß nicht, äh, Map-Rotation müsste auch nochmal kommen, das sollte uns auch nochmal gut, gut aussehen lassen, weil wir ja, sag ich mal, auf neuen Maps relativ früh, gut aussehen, ähm, ja. Wer ist da bei euch, äh, für verantwortlich, dass neue Maps immer direkt gut laufen? Äh, Benni und Kirby auf jeden Fall. Okay, also die schön am Grinden im Hintergrund. Äh, vielleicht, wenn du den Map-Pool gerade ansprichst, ähm, wie, wie findest du den aktuellen Map-Pool? Äh, ich finde, der ist eine komplette Katastrophe. Äh, also, bitte, also, ich war nie ein großer Freund von Pearl, Fracture ist eine ultrageile Map, so, aber, zum Beispiel, Mann, ein Breeze kann nochmal schön raus, oder ein Icebox, äh, ja, ich vermisse auch Haven sehr doll, so, wenn ich ehrlich bin. Nicht nur so. Und Ascent kann auch einfach jetzt so lange mal rausrotiert werden, so, also, es ist zwar so die Map in Valorant, aber, ich finde schon, dass man da jetzt mal Abwechslung braucht. Ich hoffe, bei Breeze übrigens immer, dass sie irgendwie so ein, so ein Cinematic-Lore-Video rausbringen, bei der die, die Insel einfach untergeht, weißt du? Ja. So, dass sie sie nie wiederbekommen. Aber, von mir aus hätten sie auch Holz zulassen können, dann wäre sie doch ein bisschen geiler. Holz, äh, also, als Holz zu war, war die Map Playable, eigentlich, so, aus meiner Ansicht. Du sprichst mir aus der Seele. Aber seitdem Holz wieder offen ist, äh, ja, ich weiß nicht, also, natürlich spielt man die Map dann im Team so, aber persönliche Präferenzen ist es jetzt nicht unbedingt. Ja. Wir haben jetzt, ähm, harte Viper-Nerfs bekommen, wir haben uns damals auf dem Final schon unterhalten, ich will das Gespräch auch mal so ein bisschen in die, in die Öffentlichkeit bringen. Ähm, wie, wie sehr denkst du, wird, äh, der Viper-Nerf auf eurem Niveau das Spiel verändern? Also, das Viper-Schwächer ist, ist erstmal gut. Äh, wir nehmen einfach jetzt, ich nehme gerne als Beispiel, äh, Bind Short, mit der One-Way-Bubble und die, die zwei Mollos. So, du kommst einfach, du kannst es forcen, so, du müsstest verlieren, wenn die Viper es richtig spielt, äh, mit den zwei Mollos, oder du kannst, sie kannst zumindest für die Rotation stallen. Ähm, mit dem einen Mollo, so, die meisten Viper-Spieler hauen ihn ultra früh raus, ähm, so, wasten den ersten gefühlt, so, das ist jetzt nicht mehr möglich, die Bubble hält nicht mehr so lang. Ähm, es ist, würde ich sagen, gut für uns, so, also für mich als Viper-Spieler, weil ich auch lieber sparsam bin mit dem Mollo, sag ich mal. Ähm, so, für andere Teams wird es schwieriger. Ähm, sie ist auf jeden Fall nicht mehr so viable auf manchen Maps, so, Breeze sehe ich da jetzt auch einfach, ähm, wenn sie B halten muss, der eine Mollo, so, sollte nicht reichen mehr, weil, oder, ja, also mit zwei Mollos hätte sie es noch halten können, so mit einem wird es ultra schwer, ohne Support, ähm, und ich denke auch, dass Harbour vielleicht mehr, mehr gespielt wird jetzt in der Zukunft. Das höre ich auch gerne. Ich bin ja großer Harbour-Fan, wie viele wissen. Ähm, bin gespannt, wie die kommen, falls du mal ein Harbour-Coaching brauchst, Vince, ähm, hast du jetzt meinen Kontakt? Ja. Ähm, lass uns aber zurück, ähm, vielleicht noch zu dir kommen. Zwei Titel im Rucksack, ne, äh, du kennst im Endeffekt nichts anderes als Gewinnen in der Challenger-Liga. Ähm, was ist dein nächstes Ziel? Was ist so dein, du hast ja den Competitive Drive von dir angesprochen, ähm, was folgt, ähm, wenn ihr jetzt die zweite Season auch noch gewinnen solltet? Wo, wo würdest du sagen, wo ist der Punkt, wo du sagst, jetzt habe ich es geschafft? Ähm, ähm, also natürlich erstmal Ascension gewinnen, wäre dann, sag ich mal, der nächste Schritt und mein Ziel ist es halt einfach, Masters, Champions, dabei zu sein, weit zu kommen, so, also einfach Tier 1 zu spielen, ähm, das ist einfach so mein Traum, äh, gut, äh, gut davon leben zu können auch, so nach Berlin zu ziehen, ähm, um einfach noch mehr das zu leben, als ich es eh schon tue hier in meinem Zimmer und, äh, ja, das ist mein absoluter Traum einfach. Okay, also, nach den Sternen greifen, im Endeffekt. Aber, niemand kann anzweifeln, dass du nicht auf einem guten Weg wärst, Vince, äh, mit, äh, zwei Titeln im Rucksack, mit der besten Ausgangslage Essential dieses Jahr zu erreichen, ähm, bevor wir den, den Podcast beenden, würde ich dir einfach nochmal, ähnlich wie bei unseren Aftermatch-Interviews, äh, die Möglichkeit geben, noch ein paar Shoutouts rauszuholen, sei es an Leute, die deinen Weg geprägt haben, an die Fans von CGN, die euch immer so unterstützen, von mir aus auch Sponsoren, also gerne, äh, the stage is yours. Ja, also, auf jeden Fall möchte ich mich nochmal bei Big, damals auch Sonics vor allem bedanken, ähm, dann bei meinen Brüdern, vor allem Dominik, der mir damals mit CS, äh, sag ich mal, geholfen hat. War das der, der dich heimlich hat spielen lassen? Ja. Ah, okay. Ähm, vor allem bei Kevin, der mir als Mentor gedient hat, so für meine Anfangsphase, und, ähm, bei allen bei CGN für das volle Vertrauen, vom Academy-Team an, jetzt über das Main-Team, für die Fans, die immer dabei waren, damals auch Project V Split Finals, immer, äh, mich unterstützt haben, ähm, ja, und, äh, ja, das war's. Sehr geil. Vielen, vielen Dank dir, dass du dir heute die Zeit genommen hast, mit mir einfach mal ganz entspannt, und auch sehr ausführlich, über dich und deinen Werdegang in Valorant zu sprechen. Vielen Dank an euch alle, die hier beim Podcast zugehört haben, oder, wenn ihr es auf YouTube schaut, auch zu gesehen haben. Ähm, genau, vergesst nicht, wenn ihr mehr solcher Formate haben möchtet, den Kanal zu abonnieren, gerne auch einen Kommentar lassen, ähm, falls ihr noch Fragen an Wins habt, könnt ihr die auch gerne unter das Video stellen, ich reiche die gerne weiter, oder sag Wins, hier, guck mal die Comments durch, da sind Fragen drin, ähm, gucken wir, wie wir es machen. Ähm, danke euch fürs Einschalten, und, ja, das war's mit der ersten Interview-Folge von Früschinski, äh, auch dazu gerne Feedback in die Kommentare, Wins, dir nochmal vielen Dank, und viel Erfolg natürlich weiterhin, bei uns in der Liga, ne, macht's gut, und haut rein, bis zum nächsten Mal, euer Hildschinski. Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501,